äh 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 ich muss das hier noch ok lass uns warten gleiche stelle gleiche Welle aggressiver fahrer ich will gucken wie er das macht ey ey du bist Katze oh der ist ja hier von uns was ist mit los ich will gucken wo wir von fährst du pfff Aua Aua ich komm hinterher so mach mal ich guck mal ob ich meine Katze im Baum ja guck mal ob ich meine Katze im Baum ich will die Nagelbinder gucken äh äh wo ist das Auto Aua Auto fliegt der ist durchgefahren hä äh stehen bleiben du bist durchgefahren stopp stehen bleiben raus alter hallo jawohl 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 warte ich will trotzdem die Nagelbinder nochmal benutzen ja komm beeil dich oh Gott der hat der Haupt noch weg hier ja also ja ist der die ja der rote hier weiss denn ihr habt ja auch gestiegen jetzt keine Ahnung ja ja so 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 na gut erstmal nach außen erstmal über die Nagelbinde fahren so so nicht gerade so und damit sie hier gerne einmal pülzen möchte und soweit hat sie nix ja gut wir sehen die erste Funktion wenn man Reifen wechseln kann hier weiß aber wieso man die Reifen wechseln muss so und einmal einer geholt hast so 0 hä woher die denn so aggressiv dann er hat nix ich brauch sie auch nicht gefasst nehmen oder vielleicht schlechter ich brauch sie auch mal fliehende Fahrzeuge den Weg versperren Fahrzeuge seitlich oder von hinten ran Nagelbinde aus seinem Kofferraum verlenken so ja wir warten kurz wir warten kurz dass der Wettchen leer kommt mit der Katze man kann ja auch grad gucken ne ich muss den mit aus der Kone hin ja nehm den pack den rein dann fahr ich mit dem es ist eh im Deckel hier ja da kann der Wegschaffende hochkommen und derzeit können wir die Straßen an sich rummachen ok und ja Nagelwand aufsammeln weil die Polizei ja unter besitzt ist ja richtig irgendwann ach so äh Abschlepper bestellen ähm grad auch was aber nicht hier oben da oder doch doch äh ja gut dann fahren wir nicht so gut mal hoch ne würde ich sagen oder sonst äh ist ja wenigstens nicht an der gleichen Stelle ja gut bisschen das muss ein bisschen machen ich habe auch immer noch da was die iren das müssen wir machen wir machen jetzt alles dicht hier ok so belohne erpäck nee nicht vorher retten zusätzlich belohne ich finde das bei der polizei alles nur mit Waffen jeden Täter den du hast Waffen ist ja irgendwann haben wir keine Bürger mehr irgendwann haben wir alle keine Aufträge mehr äh hab ich minus 15 Punkte bekommen schau mal weiß ich doch nicht wo du 50 Punkte bekommst minus 15 ich hab irgendwie einen Minuspunkt bekommen polizei code 3 so dann wollen wir mal die Leiter machst du die Leiter ich mach die Leiter Leiter kommt äh ne retten ich hätte ja auch Kettenfäger hinzu geholt nee die arme Katze ich steh da aber hier drinnen daumen fällt um Katzen herunterzuholen oder ich weiß nicht Katze ich lese nicht ich wollte mal sagen gegenüber 100 Besitzerin ich seh sie wo ganz groß ach da okay hallo junge frau wir sind ganz laufen aus der wohnung mit hinaufgeklettert und dann klasse die polizei kommt gleich auf und nimm mal ihr aufwege wegen der Rechnung zu schicken und sowas zu wissen äh ne mach mal ach Gott sei Dank passiert nichts kannst du mich tesern wenn er einen Schuss ausgemacht hab weiß ich das grad nicht ach so kannst du dich frei tesern ne man ach so es gibts hier so viel kämpfer in diesem start oh anometer auch ne axt das polizeist ja bitte hörn ja vergiss es ich höre dass die Katze so rummau ich darf ja meine Kettensäger leider nicht anwenden beim nächsten mal wobei die auch relativ hoch wäre also dran hallo sissi komm mal her hier sissi oh tschüss ja wohnen 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 kann Berthi die auch runter holen ich find ich das lustig juh ahahaha Polizei helfer juh alter du hast mich runter geschmissen das ist meine miete Katze hallo Achtung Festnahme Festnahme Achtung bitte sehr müßlich und polizeist die Katze was für sie wenn ich jetzt eine Frau gebe ich hab Punkte das probier aber dann geht jetzt mal juhu 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 entschuldigung so abschreiten sich beendet kennen wir den Baumchef ah doch jetzt doch beendet pff juh einfach keine Punkte dafür bekommen glaube ich oder doch jetzt so ich hol die Katze selber runter ich bin auf Punkteschau Notruf kriegst du dafür nur noch ein paar Pünktchen ach stimmt es läuft ja nur Notruf ja klar logisch weil ist ja keine Brandmeldung okay juhu 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 gehabt ja schon Tja ne ich red nicht mit mir selber ne ich rede nicht mit mir selber wow was denn ein Kampf wurde gemeldet ne johu also jetzt eine Person kämpft gegen den Laterne das war sehr gut reicht noch hehe ich komm gleich zu unterstuzen dazu johu so so Sachbeschädigung, Sie wissen selber. So. Da mit weg, das Gebäudefeuer? Gebäudefeuer, ja. Wir sind mitten in der Stadt, ja. Mitten in der Stadt, genau. Ich benötige meine Polizei für Absicherung. Jetzt brennt das Blitzarko, das war lustig. Die Leitstelle. Ach ne, Florian, New York, das gute Leitstelle. Komm bitte. Ja, ja, komm. Äh, folgende Tage. Brand, äh, Haus in Vollbrand, 1,0, 2,0 vorgenommen. Benötigen die Polizei, so die Rettungsdienst vor Ort. Okay, so verstanden. Verstanden, Rettungsdienst ist leider nicht möglich. Ja, so verstanden. So, die Polizei kommt ja auch gleich, äh, die, 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 die die, 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 die ist, die, 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 die kreiert. Du hast, wir haben übrigens einen Feuchspargel hier. Da wir, da wir, da packt die Flanas zu. Juhu, drückts Feuer, es ist volles Schlauches Wasser. Ja, warte, ob es sich abgeflärt ist, hier in Luft. Werds, nicht so schnell. Zeit brauchen wir ein bisschen. Ja. So, ich kriege schon mal das Nebengebäude. So, wir gehen schlau. So. Hehehe. Hehehe. Es wird sein Tojo! Halt die Verzicht von uns. Hoffe ich. Hehehe. Hoffe ich. Okay. Warte mal. Ich stell die Leute mal hier hin. Warte mal. Das macht mehr Sinn. Sie sind nicht so richtig cool. Das finde ich schon wieder mega geil. So. 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 recht. Rest lassen ich vorher mal machen. Von der. Ach. Du kannst mal den Einen hier abstraufen, da ein Migranten verstärbt. Oh. Hier. Der hier. So. 50 Dollar gehen in Ordnung, oder Chef? Ja. So dürfte reichen. So. 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 Okay. Ne kleine Duscheu gefällig. Oh. Ey. Aber süß für Kerl ist ja ein Schlauch. 79 Brandmeldungen. Ne, nur 70. Mein bisschen streber. 81. Der für kleines Hauses unbewohnbar. Und die Hauswand an. Darum kümmer sich jetzt die Polizei. Okay.